Du bist auf der Suche nach einem hochwertigen und zuverlässigen Saug- und Wischroboter, hast allerdings in deiner Wohnung keinen Platz für eine Absaug- oder Waschstation, dann könnte der Zeko AFS Pro genau das richtige Modell für dich sein. Was dieser kleine Alltagshelfer inklusive chemischer Wasseraufbereitung so zu bieten hat, erfährst du in diesem Video und wenn du in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos rund um Smart Home und smarte Gadgets mehr verpassen möchtest, dann lass jetzt gerne ein Abo da und wir schauen uns direkt nach dem Intro den Zeko AFS Pro etwas genauer an und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir das Video wie immer mit einem kurzen Blick in den Lieferumfang und hier ist natürlich zuallererst einmal der AFS Pro Saug- und Wischroboter mit dabei, außerdem haben wir eine Ladestation inklusive Netzteil, wir haben eine Wischplatte und einen Wasserbehälter zum Wechsel mit dabei, dazu später mehr, außerdem eine Ersatzseitenbürste sowie ein Ersatzwischtuch und auch ein Quickstart Guide und eine Bedienungsanleitung ist mit dabei. Machen wir auch direkt weiter mit dem Design und der Verarbeitung und dabei setzt der deutsche Hersteller Zeko auf ein klassisches reduziertes Design mit mattschwarzen und glänzenden Elementen und die mattschwarzen Elemente sind dabei auf jeden Fall schön unanfällig für Kratzer, was bei einem Saugroboter auf jeden Fall sehr praktisch ist. Oben befindet sich einmal der LDS LiDAR-Sensor und auf der Vorderseite ein Time-of-Flight-Sensor sowie eine Full-HD-Kamera zur Objekterkennung und außerdem gibt es oben dann noch einen Start- und einen Homebutton. Der Sauger besteht aus Kunststoff, was ihn mit 3,45 Kilogramm relativ leicht macht und die Verarbeitung ist auf jeden Fall sehr hochwertig, da gibt es absolut nichts zu meckern. Sprechen wir nun als nächstes einmal über den Funktionsumfang und über die Features des Zeko AFS Pro und zuallererst haben wir hier eine Ultraschall-Vibration gegen hartnäckige Flecken, mit der er bis zu 10.000 Mal pro Minute vibriert und damit dann den Boden reinigt und genau dafür gibt es eine Wischplatte, die gemeinsam mit dem 300 Milliliter Wischtank gegen den 550 Milliliter Staubbehälter getauscht werden kann und wählen könnt ihr dann am Ende zwischen Saugen, Wischen oder Saugen und Wischen gleichzeitig. Das Wischwasser wird übrigens auf Wunsch, wenn ihr das in der App aktiviert, elektrochemisch desinfiziert und daraufhin könnt ihr mit 99,99% sterilem Wasser ganz einfach eure Böden wischen. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Funktion, die es in anderen Saugrobotern so noch nicht gibt. Mit an Bord ist ebenfalls eine Teppikerkennung, sodass ganz einfach die Saugkraft automatisch erhöht wird. Wie bereits erwähnt ist ein LDS-LiDAR-Sensor sowie ein Time-of-Flight-Sensor für eine optimale Objekterkennung mit dabei. Mit 4000 Pascal Saugkraft und einem 5200 mAh starken Akku könnt ihr sowohl Teppiche als auch Hartböden wie Parkett, Fliesen oder Vinyl bis zu 150 Minuten lang auf einer Fläche von bis zu 250 Quadratmetern reinigen. Das heißt, auch größere Häuser sind absolut kein Problem. Und natürlich gibt es viele weitere Features wie zum Beispiel No-Go-Zonen, unterschiedliche Reinigungsmodis, eine KI-Erkennung von Objekten und vieles mehr und das könnt ihr natürlich alles über die App einsehen und steuern. Ich würde sagen, wir werfen jetzt auch direkt einmal einen kurzen Blick in die App und hier sehen wir auch schon direkt den Saug- und Wischroboter, den wir hier antippen können und daraufhin lädt hier einmal die Karte und wir sehen, dass er aktuell am Saugen bzw. Wischen ist. Oben einmal den Namen und den aktuellen Akkustand. Dann sehen wir hier eben die aktuelle Reinigungsfläche, 8,2 Quadratmeter. Aktuell ist er bei mir im Flur und in der Küche. Und wir haben hier zusätzlich dann einmal die Karte, die hier erstellt wird. Wir haben hier einmal die Möglichkeit, Bereichsreinigung und punktuelle Reinigung auszuwählen und so eben den Sauger ganz einfach zu navigieren. Etwas weiter unten haben wir dann noch viele weitere Einstellungsmöglichkeiten. Wir können hier die Reinigung starten, wir können sie anpassen, wir können sie pausieren, wir können ihn zum Aufladen schicken oder wie gesagt hier auch nochmal auf Anpassen gehen. Und das werde ich jetzt hier einmal machen. Und dann seht ihr auch schon, dass wir hier zwischen verschiedenen Reinigungsmodi wechseln können. Also wir können hier zwischen nur saugen, saugen und wischen oder nur wischen wählen. Dann können wir hier die Saugleistung verändern. Und wir haben auch die Möglichkeit hier den Wasserstand zu verändern. Also hier haben wir die Option, das Ganze für saugen und wischen ganz einfach einzustellen. Zusätzlich habt ihr dann noch einmal die Möglichkeit, hier unten auf dieses kleine Symbol zu gehen, um einmal den Wischmodus auszuwählen. Entweder in einem S- oder Y-förmigen Schema. Ich persönlich finde das S-förmige auf jeden Fall etwas besser, weil das Ganze so etwas strukturierter abläuft. Hier könnt ihr aber am Ende wählen, wie gewischt werden soll. Innerhalb der Einstellungen habt ihr dann auch viele weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel den Reinigungsverlauf einzusehen, die Kartenliste, virtuelle Wände und No-Go-Zonen zu erstellen, Bereiche zu bearbeiten, aber auch zum Beispiel Zeitpläne zu erstellen, den Kantenmodus zu aktivieren, die Sekundärreinigung, den Entstörenmodus. Die Karte könnt ihr erstellen. Ihr könnt hier die Wasserelektrolyse aktivieren, wie bereits im Video erwähnt, um eben elektrochemisch gereinigtes Wasser zu verwenden. Die Hinderniserkennung könnt ihr aktivieren. Und dann habt ihr auch noch Dinge, wie zum Beispiel die Karte zurücksetzen oder den Roboter suchen, sollte er zum Beispiel sich unter dem Sofa verstecken. Die App an sich gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Sie ist relativ übersichtlich, aber an einigen Stellen müssen noch deutsche Übersetzungen her. Also wenn wir hier zum Beispiel einmal in die Robotereinstellung gehen, wo ihr unter anderem auch die Teppichreinigung aktivieren könnt, den Vibrationswischmodus und so weiter, finden wir hier eben auch die Sprachausgabe. Und hier wurde einiges jetzt noch nicht auf Deutsch übersetzt, aber das ist wirklich nicht allzu schlimm. Der Großteil der App wurde bereits auf Deutsch übersetzt. Und nachdem wir uns jetzt die App etwas genauer angeschaut haben, würde ich sagen, kommen wir auch schon zu meinem Fazit. Und insgesamt ist der Seko AFS Pro ein sehr zuverlässiger Saug- und Wischroboter mit einigen spannenden Funktionen. Gerade wer auf Absaug- und Waschstation verzichten kann oder auch möchte, bekommt hier wirklich ein perfektes Produkt. Wenn ihr aber doch auf der Suche nach einem Modell mit Waschstationen seid, dann bietet Seko euch da mit dem M1S ebenfalls eins an. Findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Der Sauger ist platzsparend und im Vergleich zu Modellen mit größeren Stationen viel günstiger. Er erledigt zuverlässig seinen Job, egal ob Saugen oder Wischen, und bietet auch Features, die es in keinen anderen Modellen gibt, wie zum Beispiel die sterile Wasseraufbereitung. Insgesamt auf jeden Fall der perfekte Begleiter für ein sauberes Zuhause, gerade mit Kindern oder Tieren. Immer eine Erleichterung, wobei hier je nach Belieben auf jeden Fall eine Wasch- oder Absaugstation auch sehr praktisch ist. Das ist immer wirklich sehr individuell, was man da lieber möchte, was man bevorzugt. Und natürlich auch, wie viel Budget man am Ende für so einen Saugroboter hat. Da Seco, wie bereits erwähnt, übrigens ein deutsches Unternehmen ist, ist es natürlich auch viel einfacher, dort den Support zu kontaktieren, sollte es zu irgendwelchen Fragen oder Problemen kommen. Und das ist auf jeden Fall immer sehr positiv hervorzuheben, weil es dann natürlich viel einfacher ist, als wenn man ein Modell aus China erwirbt. Und damit wären wir jetzt dann auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Und ich hoffe natürlich, dass ich euch einen ganz guten Überblick über den Seco A11S Pro geben konnte. Und wenn das der Fall war, würde ich mich jetzt sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr bereits Erfahrungen mit der Firma hattet, dann schreibt sie mir mal gerne unten in die Kommentare. Und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!